Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest Mortal Kombat und Blablabla kennt er ja schon das ganze Gelaber und bei der geht's mit den Dojos Mit den Dojos, dem Albtraum, Chantal und mir Orient Notenklatschen, Eisschreien sagt Wir geben jetzt hier mal ab Wir sind auf jeden Fall unterlevelt Alle, Orichten, Tod Nein, ich meinte diesen bisschen unterleveln wieder Wir sind tot, tot Ich werde nicht mit uns sind tot Ich werde Blablabla gedrückt Da, da unten ist bei mir irgendwas runtergefallen Komplett von der Map runter, aber Läuft Die Viecher sind irgendwie zu stark für uns, glaube ich Ja, ich glaube wir müssen das Lp beenden, wenn wir nicht weiterkommen, so wie ich ja nie brauche Okay, Gis, ich war ihn jetzt Ciao, wir, wir bringen uns jetzt um Nur so als kleine, kleine, kleine Information Mein Meat Boy Projekt ist noch nicht beendet Meins aber Meins aber nicht Meins aber nicht und Boah, dann hat er fast gestorben Das wird weitergeführt, wenn er einen neuen PC hat, oder? Ja, weil ich echt manche Endgegner nicht schaffen kann Weil es ist einfach zu schlimm Was ist das? Die sind ja süß Sie machen schon ein bisschen Schaden Ja, bei euch schrecken Schreiner Meisterschaft schafft ja meiner Ja, da kriegst du sowieso alle Schreiner, siehst du doch immer Ja, ich nehm immer alle Schreiner und wenn es so eine Erfahrung schreit Ja, okay, lass einfach einen, äh Einen blauen Speer liegen Was? Mit 71 Schaden Was? Der ist, der ist für mein Set sogar Den hab ich nicht mal gesehen Komm mit, hier Die ist klar, dass du den nie wieder kriegst, oder? Ja, scheiß drauf Wenn ich einen anderen Helm habe, kriegst du auch mein Set-Helm dazu Das ist kein Problem Alter, ist der Todesgut Wie gut ist denn dein Helm? Ähm 72 Rüstung, 28 Blitzwiderstand, 17 Stärke, 24 Angriffsqualität und 27% Zaubergeschwindigkeit Da kann ich knapp nicht mithalten Schade Hier Das Ding macht mehr Schaden als der Witwenmacher Der Witwenmacher ist ja eine Pusse Was? Hier sind Pflanzen, ich hasse Pflanzen Ich bin tot Dein Ernst? Fast, ich hatte grad 20 HP Nein Ach Was? Ich bin tot Ja, ich seh jetzt Äh, ich auch Nein Wow, Alter sind die stark Uns sind zwei von meinen Wölfen tot gemacht Ich bin tot Was für eine Scheiße ist das? Wir sind nicht mehr überlevelt Oh, ist das schön Wir sind übertrieben unterlevelt Nein, wir sind Was? Was ist das? Ich war sofort tot Gift Ja, ich fick das Gift Ich hab besseres Gift als die Missgeburten Im Ernst, was war das? Das war gemein Ich möchte eine Anzeige erstatten gegen dich Kennst du das mit den Pflanzen nicht von deinem Pferd? Leider Äh, das war mein Grab nicht Ich wollte grad deinen Grab aufmachen Danke Grabräuber Ich hab wieder angefangen Assassin's Creed zu zocken Ich auch Hab aufgehört Macht Spaß Hast du die Pflanzen wieder angelockt? Ja Oh, die stammt bei mir da grad nicht Alter die Die sind hart Ich bin gleich schon wieder tot Ich bin tot Bist du nicht Ich bin Alter dieser Gift Ich bin tot Bei mir bist du jetzt erst gestorben grade Wenn du das zweite Mal gesagt hast, dass du tot wirst Ich find die schwerer als den Telki, muss ich ehrlich gestehen Sind sie auch Außer sie kann nicht mehr zaubern, dann sind sie nicht mehr ganz so stark Halt sei, die sind wirklich ein bisschen härter Ja Fick die Pflanzen Fick alle Pflanzen, treckiges Unkraut Das ist übrigens wirklich Unkraut Das ist das für dich, Club Club Du warst ein wunderschönes Pferd Rest in Peace Ich hab übrigens da Alter, was ist denn Was ist denn los mit denen? Warte Ich hätte ein bisschen Gold da liegen lassen Also ein bisschen Gold in Gegenstände Und hier wär super Lass mich trotzdem mal ein bisschen vorrennen Ich sterb hier zwar auch saumäßig schnell Aber scheiß drauf Ah, die Viecher sind jetzt wieder harmlos Also die sind schon ein bisschen stärker, aber Die sind jetzt nicht so stark, dass ich sagen würde Oh mein Gott, ich bin sofort tot Ja, wir töten die einfach so 20, die ineinander stehen Und dann kommt eine so ne Pflanze an und töten uns alle Und diese riesige, Alter, diese Wir brauchen unbedingt Giftresistenz Schon Nimm nur das Gold Ach, ich hab mein Schreinverkehr, mein Herz, äh, mein Grab vergessen Ich hab auch was mit Giftresistenz Bestimmt haben wir so viele Scheißteile Ich hab Ränge 17 Stärke Die Sterbebringst du mir von dem Wurfmesser Was? Die Sterbebringst du mir von dem Wurfmesser Die Sterbebringst du, also diese äh, komischen Miramilons sterben nicht mehr von einem Wurfmesser Okay Normal sind jemand durch die Blutungswirkung gestorben Bluten die hier überhaupt? Ja Okay, die ganzen Elementtypen machen noch Schaden gegen mir Ja, die ganzen Elementtypen auch gegen mich Alter Guck mal bitte auf euer Leben Alter Guck mal bitte auf euer Leben Oh, ich hab keine Viecher aktiviert Ja, wow, ich will einen Haltrang nehmen und mein Blitzpulver machen, er nimmt nur den Haltrang Pflanzen Ah, die sind nicht stark Die sterben bei mir von einer Schockwelle fast Ich glaub wir sollten echt, äh, in Gegnermassen, du dein Wurfmesser und ich dann meine Schockwelle reinmachen Ja, das ist besser als direkt reinzulaufen Ja, aber dafür müssten wir timen Komm Arsch, einfach reinwerfen, das geht schon Dann schieß ich vorbei Ja, mach du da eine Schockwelle rein, dann sind die alle geslotser, können wir den Wurfmesser besser treffen würde ich sagen Hä, Moment, da kommen welche Okay, gegen einen mach ich das nicht Da hinten steh ich rein Oh, guck mal, das ist putzig, wenn die so süß Das ist echt süß Können wir die behalten, bitte? Ja, bitte Die sind echt niedlich Guck, guck mal Ich will den haben Ey, du bist hier fast Level 29, ich bin grad mal bei 0 Was war das? Das war ein Waffenring Der hat auf jeden Fall gesetzt, ne? War da grad ein fettes Vieh? Ne, sah nur so aus Ne, sah nur so aus Wir kämpfen übrigens grad ohne meine Küche Okay Kriegsachs des Verfalls Ich versteh jetzt, warum man hier so gute Waffen kriegt weil wir so gute Waffen buch Nein, LAUF, 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 LAUF Einfach weg, einfach weg Ja, renn dich halt einfach fest, okay das geht schon Haul gelevelt hat dich gehealt ja da liegt was für dich ja ich muss kurz killen du müsstest es eigentlich liegen lassen, einfach nur des Prinzips wegen nein ich muss mir aus den Teilen der Gegner Sachen machen damit ich die noch herabsetze ich hab echt Angst ich bin es du hast ein Wurfmesser gebrochen, oder? wahrscheinlich ja, ist der Pooldown okay, die Viecher sind ein bisschen OP gut, dass hier ein Down-Brunden kommt ein Down-Brunden, das ist der erste Brunnen, der kommt nach einer kompletten Umrundung des Tempels ja, wie war es in Griechenland? wir packen alle acht Jahre einfach mal einen Brunnen auf nach jedem Kampfgebiet und vor jedem Kampfgebiet fast gestorben noch einen Haufen ja, wie schlimm man hier erstmal fast 3000 Gold bekommt das warst du wie gesagt, ich verklick mich echt andauernd na komm her ja, ich brauch kein Heal, nein! du brauchst du nicht du brauchst du mich du brauchst du mich du brauchst du mich, du bist voll heal voll heal du sagst immer, ich stehe immer in deinem Monster drin, aber immer wenn du mich healst, läufst du auf mich zu und deinem Monster renn in mich rein ja, weil ich dir immer hinterher rennen muss, weil du nicht nur auf meinem Bildschirm bist und ich kann leider nicht auf deinem Bild klicken, um mich zu heilen hab ich schon ausprobiert ich stehe direkt neben dir meistens und du rennst einfach in mich rein, damit die Monster in mir stehe ja, sie wird komplett in mir drin ja, ich mach das auch absichtlich ja, das weiß ich doch alter, alter was? ich mach erstmal den Heiler down ja, die machen wir erstmal mich down ja, ich wollte dich grad heilen die Waschmaschine wäre übrigens super warum? weil es ne Waschmaschine ist Lichtweste? was? Ich Cheatier-Weste hab ich oft rum oder so schreien da rein, aber das ist ein Heilungsschrein, der lohnt sich jetzt nicht ja, ich hab auch drauf geklickt und dann gesehen, oh nein wie wärs mit der Heilungsschrein wie wärs mit der Heilungsschrein? wie wärs mit der Heilungsschrein? wie wärs mit der Heilungsschrein? ne, ist so ein Heilungsschrein da oben ist übrigens ein Brunnen ich sehs Alter, man muss hier echt mal wieder konzentrieren muss man nicht man sollte es nur jetzt ist es doch sinnvoll, mal meinen anderen Skills zu benutzen und auf Energie zu gehen meine Maus meine Maus ich kann nichts machen du musst mich retten weil ich das doch so gut kann weil ich so fechten Schaden mache ich bin tot bist du nicht oh fuck, Alter meine Mausesalle scheiße manche Leute laden ihre Mäuse auf wenn sie weg gehen nein, Fischlösschen verliegen shit, 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 shit ich glaub das hat letzte Nacht nicht funktioniert ich glaub das hast du letzte Nacht einfach nicht gemacht nein, das funktioniert nicht ich glaub, entweder hab ich ne andere Batterie drin oder ich hab die Maus nicht angeschlossen ich hab die Maus nicht angeschlossen übrigens ich hab schon mal den nächsten Brunnen angemacht mach das schon mal, ey, das ist jetzt ein bisschen schlecht hä, es ist doch angeschlossen wieso lädt sie nicht mehr? ja vielleicht weil sie dreckig ist, okay das ist nicht möglich perfekt, also lass uns mal kurz die Aufnahme unterbrechen bis gleich okay, bis gleich Leute und damit herzlich willkommen zurück äh, ich hatte grad wie gesagt keine Batterie hat er eigentlich schon sollte ich heute Nacht noch fixen sollst dich vielleicht heilen wär ne Idee mach's halt nicht hab ich schon dann gemacht hab ich doch direkt gemacht als, äh du afk warst, also nicht als du afk warst als du gesagt hast, warte mal kurz ja, hab ich gesagt ja, hab ich gesagt hä, nein, da haben wir noch aufgenommen da haben wir noch grad gezockt ja, okay da meinst du dann, äh, warte mal kurz und dann hab ich gesagt ja, okay, ich noch ich geh schon mal zum Rund du meintest dann so ja, okay, mach mal ja, hab ich... okay, ich sag noch nach oben, oder nicht? nein okay Wahnsinn ich mach auch ne fette Pflanze? oder nur die... okay Spinner Boah, Legs hat mich noch die Magier halten einfach nichts aus oh nein oh oh na, wie ist das doch kein Mana mehr zu haben Scheiße das hört uns trotzdem noch scheinen alles gut Hauptsache, wir sind in Babylon und finden direkt ein Setteil mh, der Heal übrigens süß der hier? ja wat? die Zunge ich hab dich aber grad schon gehealt, ne? ja, ich weiß ich wurde gehealt ich war tot alter alter das meine ich was macht ihr so... alter ich hab grad nen Heal also nen Heiltrank genommen und nen, äh, nen Zauber und ich bin trotzdem fast drauf gegangen instant zack ich mein, du warst fast full HP und bam, tot ich hab... keine Ahnung, drei Schläge abbekommen was hat hier so totesviel Schaden gemacht gerade? ich glaub die große... die... die sind größere Spinner die hab ich nie mehr beachtet ich weiß, was ist gleich als Missgille die... die stun mich die Missgeburten ja wann machen die das? ich wollte das Grüne haben was ist, alter das war scheiße das war scheiße das war scheiße so ne äh so ne Sturve Waffe die hat mich bestimmt gestunnt ja bis 80 Schaden ja genau alter ich heb hier jetzt mal nur zum Spaß was... was kaputt ist auch nein was kaputt... es gibt hier übrigens nichts kaputtes mehr so ein Speer von denen ich hab hier was zerbrochener kleiner Kriegshammer was blaues oder? nein was kaputt ist ach der hat äh bis 61 Schaden alter die die übertreiben wir müssen unten dann wir müssen unten lang? ja wir wollen das ist sogar kein Weg auch stimmt aber wenn das so übertreiben hart sind aber diese Spinnen die sind wirklich wow Touch Damage Output Rüstung von denen hat einfach mal so 43 Rüstung geht ja noch das ist ziemlich viel ja die hier zum Beispiel sind 50 die goldene ja das war mir kaputt was diese tropische Witwe die macht übertriebenst Schaden wenn sie dann Schaden machen können die müssen wir hoch oder? ich hab keine Ahnung das finde ich im Orient geil gemacht das sieht auch schön aus das ist zwar alles nur wahrscheinlich mit Copy and Paste oder wie auch immer aber sieht schön aus äh da steht ja ein Wasser ja da hinten steht dann ein Wasser fühle ich nicht warte ich sie es hä? komm mit hier 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 steht einer im Wasser äh Moment 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 nein da steht absolut nichts ach doch doch sag das doch ja voll ja Vergiftung regelt ging's da hinten nicht weiter? nein da war ich gerade Tempel der Marduk ja ich glaube wir müssen noch nach unten ne aber da ging's noch weiter ne ich glaube hier geht's dann auch nach oben ja aber rechts oben war das doch ja da ging's noch nach oben noch wahrscheinlich auf diese Ebene hier das kann sein ich hatte gerade nen Lag was? lass mich den Schamanen ficken gib zum Glück mit 3 ich hab fast gestorben schon wieder fast gestorben oh 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 sag mal merkst du das? was? ich stehe nicht dauernd ja warum? das ist scheiße soll ich dagegen machen heil nicht mal öfter ach ich soll dich ach so ja danke bitte zum Glück war nicht die Hitlerklasse ja ja guck hier geht's auch hoch ok so ich lebe solltet ihr auch unbedingt leidtouren wir müssen jetzt reingehen das sieht hübsch aus das sieht hübsch aus das sieht hübsch aus das sieht schon aus das sieht schon aus das Tempel ist Mardu naaa nicht schon wieder eben nein weißt du viele oh guck mal was seid ihr für ihr seid so süß wir hatten doch letzte Mal schon nen Kleinen ach er wollte ich wieder vergiften ihm ist geburten oh ihr fickt mich ziemlich Ich glaube kurz wie lange wir noch haben. 2 Minuten. 3 Minuten sagst du? Nein, eine. Nicht mal. Ist eine halbe etwa. Dann ist diese noch töten und dann zurück zum Brunnen laufen. Ja, die machen ruhig ein Dreck. Und die Mama dazu. Ich krieg einfach nichts. Ist ja gut so für uns alle. Oh Gott, das finde ich ja gut. Okay. Ja, okay habe ich gesagt. Nein, nein. Ach so. Haha, das ist lustig. Ist es nicht, aber okay. Dann würde ich sagen. Was bekämpfst du da gerade? Du ignorierst das. Was ist denn das? Das war so ein Irinus, so ein schwarzer Kobold. Aber ich kann nicht sehen. So, falls man nicht sagen, ob ihr gehört habt. Der Pause ist vorbei. Ich hoffe es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Halt rein und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.